Heute haben wir eine aufregende Geschichte für euch, wie ein einziges TikTok-Kai-Video in weniger als einer Woche über 109.000 Dollar verdient hat. Klingt verrückt, oder? Lasst uns eintauchen und herausfinden, wie das möglich war. In der heutigen digitalen Welt stehen Menschen vor unzähligen Möglichkeiten, online Geld zu verdienen. Ein kürzlich virales TikTok-Video hat jedoch gezeigt, dass der Erfolg manchmal schneller kommt als erwartet. Die Macht des Viralen Das Video, das zunächst als einfacher TikTok-Clip erschien, verbreitete sich wie ein Lauffeuer und erzielte innerhalb weniger Tage fast eine halbe Million Leakes. Der Schlüssel zum Erfolg Was machte dieses Video so erfolgreich? Durch die geschickte Nutzung von künstlicher Intelligenz und Affiliate-Marketing wurde eine überzeugende Botschaft vermittelt, die Millionen erreichte. Künstliche Intelligenz im Marketing Die Verwendung von künstlicher Intelligenz revolutioniert das Marketing. Durch die Automatisierung von Aufgaben wie Content-Erstellung und Analyse können Vermarkter effizienter arbeiten und bessere Ergebnisse erzielen. Der Weg zum Erfolg, Schritt für Schritt Wie können Sie von diesem Erfolg profitieren? Der Weg ist klar, finden Sie ein attraktives Produkt im TikTok-Shop, erstellen Sie einen fesselnden Clip, nutzen Sie AI-Tools zur Optimierung und Promotion und beobachten Sie, wie die Einnahmen sprudeln. Tipps für den Erfolg Wählen Sie ein Produkt mit hohem Potenzial im TikTok-Shop. Investieren Sie in hochwertige Inhalte und verwenden Sie Key, um sie zu optimieren. Nutzen Sie Affiliate-Marketing, um zusätzliche Einnahmen zu generieren. Analysieren Sie die Daten, um Ihre Strategie kontinuierlich zu verbessern. Bleiben Sie kreativ und experimentieren Sie mit neuen Ideen. Analyse der Ergebnisse Das TikTok-Video, das $109,000 in nur sechs Tagen verdiente, ist ein inspirierendes Beispiel dafür, wie Kreativität, Technologie und Strategie kombiniert werden können, um beeindruckende Ergebnisse zu erzielen. Nutzen Sie diese Erkenntnisse, um Ihre eigenen Erfolgsgeschichten zu schreiben und die Möglichkeiten des digitalen Marketings voll auszuschöpfen. Vielen Dank fürs Zuschauen!